hallo zusammen im heutigen video geht es um die frei verloren suche sie ist fester bestandteil bei der dami arbeit und genau wie beim man trailing dem pferden oder auch der nachsuche geht es hier hauptsächlich um die nasen arbeit beim hund doch was ist die frei verloren suche überhaupt ich würde es wie folgt definieren die frei verloren suche ist die selbständige und systematische suche vom hund in einem relativ großen gebiet nach ein oder mehreren suchobjekten und was es genau damit aus sich hat das erkläre ich euch jetzt die frei verloren suche stammt natürlich auch aus dem jagdlichen bereich hier geht es darum dass bei der niederwildjagd stücke in einem gelände fallen wo weder der hund noch der hundeführer ganz genau wissen wo diese liegen gelände form und größe werden dabei durch die jagdart bestimmt die fläche kann von der größe hermit unter sehr sehr groß werden teilweise bis zu einem hektar von der gelände art kann das verschiedenste dabei sein wie maisfelder stoppelfelder wiese wald alles sogar gemischt dazu kommen noch geländeübergänge wie zäune wege oder auch bäche bei der dami arbeit kommt die frei verloren suche sowohl in den prüfungen als auch bei working tests vor da diese suche allerdings recht zeitintensiv ist kommt sie bei working tests eher selten und wenn dann nur sehr eingeschränkt vor die fläche ist meistens relativ klein und der hund wird lediglich für ein oder zwei stücke in die suche geschickt bei den prüfungen sind die parameter durch die jeweiligen vereine wie drc lcd oder auch grc vorgegeben die anzahl der auszulegenen dummies ist dabei definiert die anzahl der zu holenden dummies ist nicht festgelegt auch über die größe des gebietes sind meistens nur vage informationen zu finden erfahrungsgemäß kann man jedoch davon ausgehen je nach klasse dass die gebiete ungefähr 50 mal 20 bis hin zu 50 mal 50 metern groß sind aber auch ohne festes ziel ist die frei verloren suche eine super beschäftigung für euren hund ohne jede vorgabe könnt ihr die natur eures hundes nutzen und fördern je nach können alter und größe welt ihr gelände und suchobjekte aus und so könnt ihr auf jedem spaziergang mit eurem hund zusammen spaß haben und das selbstverständlich auch wenn er kein retriever habt zunächst einmal braucht ihr natürlich einen hund einen retriever oder eine andere jagdhundrasse die für die apotierarbeit oder nachsuche gezüchtet wurden sind natürlich optimal allerdings verfügen naturgemäß alle hunde über eine sehr gute nasenleistung und die meisten haben wirklich sehr viel spaß an der sache von daher steht diese art der beschäftigung wirklich jedem hund offen allerdings solltet ihr die aufgaben eurem hund entsprechend anpassen achtet hierbei bitte vor allen dingen auf alter und größe als suchobjekte könnt ihr dummies jeglicher art form farbe oder gewicht verwenden in der kleinen dummy kunde stelle ich euch so einige dummies vor unter anderem auch dummies die besonders gut für die suche geeignet sind selbstverständlich könnt ihr auch spielzeug nehmen das einzige wo ihr bitte darauf achten solltet ist keine tinnitus spielzeuge zu verwenden das heißt die dinger die irgendwie laut quietschen oder andere geräusche von sich geben von der anzahl her reichen fünf bis zehn stück völlig aus dann benötigt ihr noch ein kommando um euren hund in die suche zu schicken hier bietet es sich an ein akustisches und ein visuelles kommando miteinander zu verbinden ich selbst benutze tatsächlich das wort such und mache mit der hand eine leichte wie ich bewegung in richtung suchen fällt hierbei sollte die auf jeden fall darauf achten dass sich sowohl das akustische als auch das visuelle kommando sehr stark von kommandos hier beim einweisen benutzt unterscheiden beim gelände kommt es sich ganz darauf an was ihr machen möchtet und was für einen hund ihr habt geht es euch rein um den freizeitspaß dann reicht schon ein relativ kleines gelände hier solltet ihr darauf achten dass das gelände nicht zu kompliziert ist das heißt nicht zu dicht bewachsen ist und auch keine geländeübergänge hat wenn ihr euren hund allerdings für die dammi arbeit oder die jagd ausbildet dann sollte das gelände auch mit eurem ausbildungsfortschritt anspruchsvoller werden wenn ihr euren hund später einmal mehrfach in ein gelände von 60 x 60 metern oder sogar größer reinschicken könnt was er noch aus unterschiedlichen geländeformen besteht und dazu noch einige geländeübergänge bereithält dann seid ihr angekommen selbstverständlich verfügt jeder hund über eine sehr gute nasenleistung allerdings gibt es hier auch unterschiede je kleiner und flacher die nase ist umso schlechter fällt diese nasenleistung aus beim erwachsenen hund ist dieser am ausgeprägtesten während sie beim welpen und beim senior etwas geringer ist bei jagdhunden ist die nasenleistung durch die zuchtauswahl meistens besser ausgeprägt und selbstverständlich macht auch die arbeit einiges aus regelmäßige suchen können diese positiv beeinflussen euer hund soll motiviert in die suche gehen das wirkte naturgemäß schon von ganz alleine machen aber zusammen mit eurer hilfe könnt ihr die motivation erheblich verbessern und auch gut kontrollieren dafür ist es wichtig dass ihr das ganze als spiel und spaß anseht macht das ganze ohne druck freut euch mit eurem hund zusammen über jedes suchobjekt was er euch bringt und sorgt vor allen Dingen dafür dass euer hund immer den erfolg hat schickt euren hund bitte niemals in die suche wenn es doch nichts zu finden gibt sollte es dennoch einmal der fall sein legt ein stück nach damit euer hund auf jeden fall zum erfolg kommt wenn das nämlich der fall ist dann wird er euch auch vertrauen und ihr könnt ihn mehrfach in das gleiche suchen gebiet schicken finder wille bedeutet dass euer hund so lange suchen wird bis er das stück gefunden hat welches er euch bringen kann nach möglichkeit wird der hund nicht leer zurückkommen wenn euer hund motiviert ist spaß bei der sache hat und gelernt hatte selbstständig zu arbeiten wird sich dieser finderwelle quasi von selbst einstellen auch wenn es heute noch gerne praktiziert wird braucht ihr hierfür keinerlei druck gute ausbildung zeit und regelmäßiger erfolg für den hund reichen da völlig aus selbstständigkeit ist für euren hund eine sehr wichtige eigenschaft als hundeführer wisst ihr ohnehin nicht ganz genau wo die fallstellen liegen zudem kann es je nach geländeform auch sein dass ihr euren hund zumindest teilweise gar nicht seht und somit erst gar nicht helfen könnt das wichtigste ist jedoch dass eurem hund diese selbstständigkeit eigentlich schon angeboren ist er weiß ziemlich genau was er da tun muss und deswegen wenn er selbstständig arbeitet dann lasst ihn bitte auch wenn euer hund während der suche stehen bleibt den kontakt mit euch sucht und ihn erneut mit dem kommando in die suche schicken müsst dann arbeitet er noch nicht selbstständig genug wenn der erfinder wille irgendwann mal ausgeprägt genug ist dann braucht er eure bestätigung nicht und wird so lange weiter suchen bis er von ganz alleine ein stück findet die einzig sinnvolle korrektur an eurem hund wird sein ihn wenn er aus dem suchen gebiet heraus geht wieder ins suchen gebiet zurück zu schicken bei allem anderen könnt und sollte eurem hund nicht helfen so einfach sich die frei verlorene suche anhört so anspruchsvoll ist sie denn auch denn als hundeführer hat man zwar während der suche nicht allzu viel zu tun aber man muss den hund zunächst mal für diese selbstständige arbeit ausbilden korrigiert euren hund möglichst nicht falls doch nur minimal und ohne druck denn diese selbstständige arbeit wird sich letzten endes auch in verschiedenen anderen bereichen positiv für euch auswirken ob es markierungen in schwierigen gelände sind oder blinds oder auch das auffinden von weitwundem wild während der jagd aber auch als freizeitspaß ist die frei verlorensuche eine willkommene abwechslung die euren hund sowohl mental als auch körperlich sehr gut auslastet das war nur ein kleiner überblick über die frei verlorensuche wenn euch die auch weiterhin interessiert schaut ruhig mal wieder rein denn in zukunft werden noch einige videos dazu folgen bis dahin euer damit ihr werfen